alle freunde heute befinde ich mich im wald und zwar in oder an meinem spot das ist eine kernroutine dass man seinen sitzplatz im wald findet und dort einfach mal zeit verbringt und schaut was in der natur um einen rum so vor sich geht ich zeige euch das jetzt mal ein ich lege hier direkt an einem baum habe so ein bisschen ausblick auf eine wiese hinten um mich herum waren heute sehr sehr viele meisen ein bisschen radau gemacht das fand ich sehr nett meist sitze ich hier so eine viertel stunde ich habe dann auch ein kleines monocular dabei um mal ein bisschen zu spotten was so um mich herum ist wie gesagt eine viertel stunde sitze ich hier ich sitze auf einer lodendecke damit ich nicht so einen kalten arsch weil ihr seht ja hier hat es heute noch geschneit ja und auf dem hinweg das ist jetzt eine viertel stunde von von mir zu hause weg ich habe hier als kind gespielt ist schon ewigkeiten her auf jeden fall kann man hier auf dem weg hierhin schon mal so ein bisschen den fuchsgang üben so ein bisschen schleichen mal schauen was gibt es für 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 spuren was gibt es für tiere hier ich finde es insgesamt sehr interessant diese sachen einfach mal auszuprobieren und wie gesagt hier mal eine viertel stunde zu sitzen den alltag so ein bisschen fahren zu lassen und vielleicht auch ein paar schöne naturerfahrung zu haben habt ihr auch ins bot schreibt es mir doch einfach einen kommentar und